So, willkommen zum nächsten Minecraft-LP. Geht ja mal raus. Und zwar, wir brauchen noch immer ne Höhle. Das ist mir aber verdammt nice. Alter, mein Aiming. Na, das war hart. So, hier geht's runter. Mal schauen. Oh, ey. Immer das gleiche. Ne, nicht ganz das gleiche. Hier ist sogar ein Quarz noch drin. So, komm, gib mir irgendwie Quarz. Weißt du, wir brauchen das nur so einfach nur irgendwie, irgendwie bisschen Quarz. Was haben wir jetzt? Wir haben 16 Quarz. Das ist einfach ein Witz. Das ist jetzt ein Joke. Und wir finden schon wieder nix mehr. Das ist zum Davonlaufen einfach. Zum Davonfliegen. Ja, anders kann man einfach echt nix dazu sagen. Das ist ein Horror. Keine Ahnung. Aber gut. Was brauchen wir jetzt da? Hier sind die Rappertrees. Stopp. Haus LP. Ach komm, ey. Das kannst du nicht schon wieder sein, oder? Haus LP. Ja, ich hab irgendwie immer das Glück. Wir drehen uns einfach irgendwie nur im Kreis. Oh, die Petschschule, die endet, geil. Das ist ja mal richtig geil. So, was haben wir jetzt in Quarz? What? 29 Quarz? 29 Quarz? Sag jetzt bitte, dass wir da noch drin haben. Wo haben wir uns da? What the fuck? Leute, die ganzen Endermänner hier. Hier haben wir jeden raus. Snipen. So, bestes Leben hier. Tja, aber das lenkt für unser Problem leider nicht ab. Also, wir sind jetzt wieder zurück bei unserem Haus. Oh, was hat denn der im Raum drin? Ist das ein... ...Emerate-Block? Ne, wir sind schon im Haus. Auf keinen Fall angreifen. Ah, den Endi kann man angreifen. LOL. Fuck. Boah, der ist nicht einfach weg. Im Flug. Hm. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hier ist auch immer noch so ein Boss of Minecraft, weil ich gar keinen Bock auf so ein Bitchfight. Haus LP? What the heck? Sind wir schon wieder da? Naja, okay, gut, ich lebe mal ganz kurz, sonst irgendwie aus. Beziehungsweise, pennen wir mal ganz kurz. Hm. Naja. Okay, also wir kommen... ...egal ob gewollt oder ungewollt, wir kommen irgendwie immer wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt darüber irgendwie freuen soll, oder? Ich hab' den Däcker getrocknet, ob sie denn. Ob sie die haben. Hey, Wölfchen. You heard me. Hm. Wölfsleder. Lort Wölfsleder wird zu Wöl. Okay. Geil, logik. Wobei, Wölfsleder. Ja, mein Logik ist ja geil. So, wann haben wir Wölfleder? Ja, das ist immer wieder... Das war jetzt immer wieder super. Super. Da ist was. Hier in der Wüste. Ey, komm, wir werden doch jetzt irgendwie mal eine Höhle finden, oder irgendwas. Das war jetzt immer noch ein ordentlicher Riss. So, boah, das wär's jetzt hier. Diese Kacklags hier, weil die hier anderen was im Hintergrund öffnen und schließt und was weiß ich. Was ist ja, wie da alles abgeht. Google Chrome und die Xtory mögen sich scheinbar nicht. Hier, 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 komm, hier rein, los. Geht's nur rauf, das ist schon mal scheiße. Ja. Das ist nicht scheiße, das ist einfach nur ein Witz. Das ist einfach nur ein verdammter Witz. Was ist das? Da ist Ögel, und da sind nochmal Extreme Hells, hoffentlich mit Eingang, da ist ein Node-Slot, und da ist ein bisschen Emerald, äh, Emerald, muss ich schon sagen, ähm, na, wie dieses andere komische grüne Zeug dann. Uran, mein ich. Geht's da rein, oh, da ist was. Na, das lobe ich immer. Oh. Oh. Na, das ist immer was. Wir brauchen uns, also wir brauchen uns um 90, äh, von diesem Quarzzeug. Wir haben gerade mit einer Ader Antenne schon mal gefarmt, aber, ich mein, 90. Wir brauchen noch, gerade haben wir neun von diesen Adern, oder ein Mopsponer, wie hier. Okay, dann macht's mir nix, aber. One-Hit, baby. Gib mir seinen XP. Mein Prinzip, der Schrapper war lange um einen. Oh mein Gott, so viel Müll. So, okay. Gehen wir hier auch mal einen lagern? Ja, man kann auch mal einen lagern. Wir brauchen die Musikdisk. Oh, ich glaub's ja nicht, ich glaub's einfach nicht. Äh, meine Augen genau schnitten mir auf. Stab. Haben wir hier... Wo war gerade der Ocelot? Ocelot. Wo bist du? Ich weiß, du siehst mich und ich weiß auch, wo du bist. Aber... Ich hab dir aus den Augen verloren. Ah, wo? Ich komm zu dir. Ich hol dich ab. Da ist er. Hey. Ocelot. Äh, was brauchen wir jetzt überhaupt? Ähm. Saff... Fuh... Fuck. Hau mal einen Schlaf raus. Bleib dir treu. Ocelot, warte. Warte auch nicht. Ja, jung Ocelot. Klii. Mein Gott, hört sich das pädophil an. Okay. Oh, lol, lol. Das... Das ist verdammt selten. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas überhaupt schon mal hatte. Zwei... Zwei Uran nebeneinander. Hier kommen wir jetzt Eingang zur Höhle. Ja, es gibt einen Eingang zur Höhle. Oh mein Gott. Ich geh sogar runter und... Ich klaue mir einfach ganz ruhig und tue mal so, weil es wie alles ganz normal ist. Es ist ja eigentlich, weil... Mittlerweile muss ich mich fast schon dran gewöhnen. Oh, und da ist ein... Da ist ein... Da ist ein... Oh, geil. You're mad, bro. Da ist ein Ding. Ding, 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 ding. Ähm... Quartal LP 2. Ich weiß gar nicht, ob wir schon überhaupt eins haben. Egal, ich hab's mal zwei genannt. Ist nie falsch. Eine Luft weggesnipet mit meinem Epic-Aiming. Epic-Aiming ist ja gar kein Begriff dafür. Das ist einfach mal nur... Für meinen, für meinen, für meinen, für meinen Aiming, da gibt's kein Begriff. Eher irgendwie so wie... Keine Ahnung. Sau schlecht oder so. Nee... Wer braucht der Aiming? Irgendwann endlich Munition, also von dem her. Natürlich könnten wir das Zeug hier auch farmen. Wir haben ja auch mal schon mal eine Option, aber... Ich weiß, wir werden schon mal eine Höhle haben, die natürlich nicht weitergeht. Weil schon wieder zwei. Ich fahr... Ich mach's nur hier, um XP zu fahren und so. So im Vordergrund. Woa, what the fuck? Wir... Vielleicht dachte ich mich grad zurücklaufen. Noll. Okay, hab nichts dagegen. So, hier ist einmal Gold. Tja, wisst ihr was? Bommelgold hat. Na, kleiner. Oha. 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 Das wundert mich jetzt. Doch ein Stück mehr als eigentlich gedacht. Oh, geil. Jetzt haben wir noch mehr Wasser in der Höhle. Ähm. Ups. Oh, Diamonds. Scheint bright like a diamond. Ja, noch mehr Diamonds. Oha, komm, ey, go. Oha, Diamonds. Give me some Diamonds. Ich hasse Wasser. Und das mit Fly Control. Und das mit Fly Control. Egal, gibt immer einen Weg, du doch. Es gibt für alles einen Weg. Ganz egal, auf was es ankommt. So. Okay. Okay. Ah, dunkel, schwarz. Hilfe. Okay, gut. So, komm, gib mir ein bisschen Gold. Ich fühle mich so am Gold. Ich weiß, irgendwie habe ich gewissen, was ging schwarzes Wasser. Keine Ahnung, wie so, aber irgendwie ist es, äh, ein bisschen nervig. Boah, ja, wieso nehme ich eigentlich schon mit der PC um halb zwei auf, wo ich gerade mal, äh, schauen, dass ich überhaupt meine Augen aufkriege. Ist irgendwie echt ein bisschen... ...suboptimal. So, komm. Nein. Ich will da runter. Oha, warte, 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 warte. Ich habe irgendwo irgendwas gesehen. Ah, dieses Kackwasser. Da, ich wusste es noch. Oh, ey. Das ist ein nächstes Ding, was ich mir schon wieder auf die AI geht. Wo bin ich mir denn eigentlich in der Kommen? Ich bin kein Star, holt mich trotzdem raus. Das gibt es noch nicht. Voll idiot. So. Okay. Jetzt müssen wir immer schauen, dass wir rüberkommen. Ne. Wir begeben uns jetzt mal ganz sicher ins Trockner. Hier zum Beispiel. Ach, genau, da wollte ich hier hin. Das ist auch noch ein bisschen Uran. Uranium. Und ja, ich würde sagen, ich bin todmüder. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP. ... ... ...